Herzlich Willkommen zurück bei Starbound! Ja! Wir sind ja immer noch... Ich bin immer noch... Ich bin nach oben weiter lang gegangen. Ich bin ja da oben links abgewogen und ich hoffe, dass ich jetzt hier irgendwo gleich noch den Rest finde. Hm. Okay. Ich werde jetzt hier einfach mal den Server freischalten und dann hoffentlich war es das hier an der Ecke. Oder ich denke mal, das wird kreisförmig sein. Hazard. Jo, hier haben wir ein Vierfer was. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Was denn? Der hat bisschen mehr Kraft. Ach du Scheiße. Scheiße, der bringt mich um. Alter Schwede, den den müssen wir zu zweit machen. Das scheint so eine Art... Ja, warte mal. Ach, scheiße. Ähm... Ich bin schon unterwegs. Du wirst wo, ne? Ja, ja. Ich bin gleich da. Jo. Schon krass, schon krass. Der bringt eine Schutzrüstung an oder irgendwie sowas. Ach, du bist auch gestorben, oder was? Ne, ich war doch tot. Von vorhin. Ach so, okay. Ey! Jetzt sind doch die ganzen Computer wieder aus. Siehst du das? Ja. Ich mach's wieder an. Ich hab das gesehen. So. So. Wie ist eigentlich das, äh... Fast wie das Käppig aussieht von, äh... Ash Ketchum? Von Pokémon? Ja, ja. Ich seh das schon. Ne, siehste? Was will ich zu sagen? Äh... Weißt du, was, glaube ich, passiert ist? Ja. Das ist alles wieder ausgegangen. Wir müssen das alles in euren Zug schaffen. Ach du Scheiße. Hm. Wo ist der große Gegner? Gehen wir erstmal da hin. Naja. Wir müssen ja trotzdem erstmal hier auf dem Weg alles freischalten. Äh... Online, äh... Ist der online hier schon? Ja, ja. Der freigeschalten schon, oder? Gut. So, hier ist alles online, so. Das ist natürlich krass, dass das alles alleine schaffen muss, hier. Ne, wenn das alleine machen würde? Oh Gott. So, hier sind Wetten. Oh, was ist denn das? Hier... Hier waren wir vorhin noch nicht, oder? Ne, ich hab hier was... Ey! Das hab ich gewonnen. Das ist das Bett hier. So. Ach, wir können doch runterflicken. Ach, ne... Ja, lass uns mal lieber hier heilen, weil wir haben nicht mehr allzu viel Bandagen hoch. Ja. Ja, stimmt. Oder? Warte mal. Wie hab ich noch? Wie viel hast du denn? Weil ich hab noch sechs. Sechse? Mhm. Dann hier bitte. Warte mal, ich kann auch noch welche machen, glaub ich. Ne, ich hab hier 24 Ding geworfen. Achso, okay. Die Ding da. Ja, ja. Ich hör mich nur kurz. Ich lass mich eher fahren. Nein. Haha. Nicht einpullern, das tropft alles runter. Ja, ich weiß. So, fertig. Ja, reicht. Ähm, gut. Die Kisten scheinen aber auch vielervoll zu sein. Okay. Dann kannst du theoretisch... Kannst du... So. Ich brauch ein besseres Gewehr auf jeden Fall auch. Äh, hatten wir jetzt... Äh, hatten wir links jetzt eigentlich noch was? Ne, ne? Hier war ja... Ne, genau. Hier war ja nichts. Und wir machen auch einen Schaden, die Scheißwicher, ey. Ja. Machen wir. So. So. Halt mal kurz. Ich ess mal schnell noch. Scheiße. Fast gestorben, ey. So. Boah. Alter Schwede. Scheiße, daneben. Ja, daneben. Deiner hat einen schönen Nahkampfschaden, ne? Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, ja. Fast doppelt so viel wie bei mir, ey. So, nur fast überlegen, ne? Dass man fast einen Nahkampfschaden geht. Ich glaub, da haben wir mehr von, ja. Da gehen wir nicht ganz so schnell drauf. Aber heil dich mal. Ja, ja, mach ich gleich, oder? Ja, danke. So, jetzt müssen wir auch leihen. Ey, ich heil mich gerade und... Okay. Schick mir noch ein paar Leute rüber. Ja. Wo die auch herkommen, ne? Jetzt kommt wieder Spiel-Aien, oder? So ein Abklatscher. Ähm, Aien 3 hier fürs NES oder sowas. Meine, fast nicht. Wir haben auch einen Schlag, ey. Ich bin ja fast tot, ey. War ja nicht grad immer, ja. 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 Warte doch mal. Ich bin doch gleich wieder in... Heilstimmung. Ja. So. Ne, nimm mal gleich groß um, was du gesagt hast. Ja, ja, genau. Ja. Ne, 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 ne. Der hat einen richtigen Anzug an. So, auf jeden Fall hier weiter lang. Hast du einen gemacht schon? Ja, ja. Ja, ja. Lass die das mal ruhig machen, da. Jo. Die haben wir. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Ach, ey. Man braucht aber auch viel Heilung, ey. Hier sind ein paar drinnen. Hier sind ein paar drinnen. So, hier ist noch was drinnen, ne? Doch, die Endpacke. Das ist wie Dead Space. Ja. Der hier, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt an oder aus ist. Hier ging es nicht lang. Hier, einfach noch mehr. Halt euch. Gut, den haben wir. Der nimmt die Pizze. Ja. Ja, scheiße. Jo, sehr gut. So, warte, ich heil mich mal schnell. Ja, 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 ja. Jetzt kommt der erste schneller an hier. Ja. So. So. Gut, dann kommen sie auch. Ah, die sind immer heil ich mich noch. So, den haben wir. Wo ist denn der? Der müsste jetzt hier gleich kommen. Scheiße. Der erwischt. Alter, schon wieder. So. Ne, da geht's noch nicht. Wir müssen hier oben lang. Ach doch, ging doch lang. Aber, kommen wir ja nicht weiter. Ah, fuck. So, müssen wir nochmal heilen. Okay, das haben wir. Oh, das war knapp. Oh, ja. Also, da müssen wir uns auf jeden Fall heilen bei dem Fritzen, ey. Du hattest ja keine Bomben haben. Das wurde vielleicht... Ich hab welche. Fünf Stück. Echt? Sehr gut. Ja. Ja, warte, ich heil mich erst mal. Ja, ja. Nee, der kommt ja nicht, aber gleich. Nee, der kommt ja nicht, aber gleich. Ja, aber gleich. Gute Frage, ey. So, den haben wir. B ist unten hell. B ist unten hell. B ist unten hell. Ja, toll. Das hat er ja gleich genommen. Ah. Nee, der hat sie haben. Der bringt nichts. Das muss zum Aussehen da. Ähm, das blaue, was war das? Äh, das, ne? Achso. Na, wahrscheinlich das, was ich vorhin eingesammelt hab. So, hier war auch nichts. Oder doch, warte mal. Hier war doch auch was. Was? Das? Achso, genau. Was ist denn das? Ähm, da ist bloß ein Anzug. Warte mal, die kann ich dir geben. Den hab ich doppelt jetzt. Genau. Macht ja was? Nö. Aussehen. Gut. Ja, jetzt kommt er ja gleich. Okay, weiter. Wo bist du denn? Na, weiter nach links. Ja, ja. Und dann nach unten. Müsst du ja gleich kommen, oder? Ja. Das Problem ist, ähm. Na, kannst du erstmal herkommen. Hast du eine neue Waffe? Ne. Sieht aber so aus. Ich hab einen Taschland benannt. Was ist das? Ich hab... Bist du beim Richthirn? Ich seh dich nämlich hier nicht. Ach, ach, das war, äh, ein Bauarbeiter. Ja. So, pass auf, wenn du den da anmachst, ne? Dann kommt der da rechts raus. Und das ist das Problem. Weder hacken wir gleich richtig auf den ein. So, mach ich schon mal hin. Jetzt erstmal was runter. Ne, ne, warte mal. Ich hab so... Siehst du den? So. Ich hab ne bessere Idee. Das Problem ist, wir kommen nicht mehr hoch. Aber das wird nicht funktionieren, oder? Das haben die wirklich clever gemacht. Ja. Ah, den müssen wir... Den müssen wir wirklich einhacken die ganze Zeit, ne? Ja. Ähm. Warte mal, dein Heimat ist aber komplett. Hab ich den noch nicht. Nein. So, ich schmeiß das jetzt hier nochmal runter. Und, ähm, auf... Jetzt? Was? Äh, runter können wir erst noch. Ach, ne, komm, wir können ja wieder nach oben springen. Wisst ihr, wir lassen den frei und dann schmeißen wir den mit Bomben. Ja, ich hab meine Waffen noch nicht rausgenommen. Siehst du, wie viel der einsteckt? Oh, sehr gut. So. Ne, da müssen wir hier drüben bestimmt anmachen. Ne. Ja. Ja. Da oben sind Kiste. Wart mal kurz. Achja, ne, da werden wir erst zurückzulang kommen. Guck mal, die haben wir jetzt auch befreit? Jo, jetzt ist es offen. Ach, unten ein Revolver. Okay. Okay. Da war's dran gewesen? Nur, äh, hier so ein Dings. Wer ist das? Ach so, okay. Nee. Da muss die UFO noch irgendwie nach oben wandeln. Mhm. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder an der selbst Stelle, wo... Ach, hier ist noch so einer. Boah, pass auf. Ach, wie schön. Der rastet auch immer. Da ist doch mal still, ey. Probier's mal lieber mit der Bombe, oder? Ja, warte, 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 warte. Lass das mal an meine Sorge sein, warte. Bomben hätten wir ein paar mehr einpacken sollen, oder? Ja, noch zwei Bomben hab ich noch. Mhm. Ach, hier ist wieder so eine Kiste. Okay, irgendwelche Aufnahmen, und... Space Suit Backpack. Ja, keine Ahnung. Ach, das hatten wir schon mal gehabt. Ich glaube ja, aber was hat das gebracht? Ach, das stimmt ja, dass du kaum Hunger kriegst, oder? Ja, irgendwie. War das nicht das? Ich weiß es nicht. Machst du mal Licht? Ich hab die Bomben in der Tasche. So. Und da was? Oh, was bedeutet... Das ist irgendein Giftzeichen, hört mal. Guck mal hier drüben. Ja, hier geht's auch nicht weiter. Gut. Dann geht's hier unten weiter, warte. Ah, scheiße! Okay. Boah, wird das tief, ey. Nein! Scheiße! Okay, hier unten, was unten ist nix. Musst halt nur aufpassen. Ey, wie kommen wir halt hier rein? Na gar nicht. Da, da werden wir dann wieder... Weißt du, das wird so kreisvoll nicht angeordnet sein, alles. Ähm, ja. Kommst du hoch wieder? Ne, 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 hier unten geht's weiter. Juhu! Der liegt im Bett, weil ich will auch mal schnell heimlich. Ja, mach das. Alter! Was denn? Äh, komm, 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 lieber ein bisschen schneller. Iiiiih, was ist denn das? Ach du Scheiße, komm mal! Macht der Strom, oder was? Ja, ja, ja. Ich will mich aber jetzt auch nicht treffen lassen von dem Scheißvieh. Ich will mich aber jetzt auch nicht treffen lassen von dem Scheißvieh. Ich drück jetzt und... Bist du da? Jaja, ach, das ist hier... Scheiße, oh, das ist instant tot. Bleib bloß am Leben, ey. Äh, nein! Fuck. Scheiße, die Wand an. Aber es ist noch alles an, diesmal. Ja? Ja. Alles online. Alter, Alter. Ich beeile mich bis da runter. Komm mal lieber schneller hinterher. Ja, ich bin ja schon aufgeregt. Nicht, dass ihr jetzt doch alles offline schalten müsst. Oh, hier sind ganz viele. Ach du Scheiß. Seid ein bisschen gegangen. Na, so wie vorhin. Geht der bloß eben weg. So. Ja, mit dem Casher kriegst du ja nichts hin. Geil. Ne, noch ist alles an. Also wir brauchen jetzt erstmal nichts umschalten. Okay. Siehste hier, ist doch noch alles offen. Gut, ähm, wir gehen den selben Weg. Wir gehen wieder denselben Weg, der war ja ganz gut. Ich denke mal da unten, das wird der Endgegner sein, den wir machen müssen. Ja, war auch. Oh, Wahnsinn, ey. Wollen wir den überspringen wir hier einfach? Dem tut ja nichts. Alter, Alter, ey. Aber das ist auf jeden Fall richtig krass gemacht, ey. Böse. Gut. Das Hirn sieht gut aus, sind keine Viecher da. Aber ich tu mal nebenbei noch was vorhin essen. Okay, ich bin jetzt wieder bei dem, wo wir unten den ehentigen fertig gemacht haben. Warte, ich bin nicht da. Hei dich auch mal lieber dann. Ich mach das doch gerade nebenbei. Ach so, okay. Ah, fuck. Ähm. Ich geh schon runter und warte hier im Bett, weil ich muss hier nochmal heilen. Da müssen wir mal schauen, ja, wie wir den machen. Ich denke mal, wir müssen ringsherum alles aktivieren vielleicht. Weißt du, weil da waren jetzt ein paar Schalter. Mhm. Also der Strahl, der hat 51 Schaden gemacht und das ist fast alles, was wir haben. Also du darfst dich bloß eh mal treffen lassen, oder was? Äh. Äh. Ja, aber... 122 halt. 111, äh, 115 Hertz hab ich. Ich hab 123. Was kommt denn mal drauf? Ah, guck mal. Die Helme haben was. Äh, ja. Ja. Ja, stimmt, ja. Ja, stimmt, ja. Gut. Die haben Rüstung. Kommst du jetzt auch, oder? Warte ich hier noch eine halbe Stunde? Ja, was? Ja, zwei Stunden kannst du aber warten. Ja, sehr gut. Ja. Äh, ich nix mich mal kurz heilen, warte. Na, kannst du dir hier unten ein Bett machen? Ja. Die haben noch extra hier ein Bett hingestellt. Ja. Achso. Wo bist du denn jetzt? Na, ganz unten. Da, wo wir hinwollen. Ganz. Ja, scheiße. Ja, genau. Das ist mir nicht hoch passiert. Warte. So. Mann, Mann, Mann. Scheiße. Du bist ja. Oder ob ich auf Blocken gehe bloß? Ich hab doch hier mein Schild, wisst ihr? Vielleicht bringt das ja was. Hm. So, ich bin voll. Okay. Dann lass uns hier mal das mal anschalten. Ja. Okay. Warte. Alter, scheiße. Das ist doch schnell. Okay. Ich hab... Das meiste ist an. Ah, und? Okay. Du verstehst nicht. Du verstehst nicht. Du verstehst nicht. Ich versteh nicht. Du verstehst nicht so richtig, was wir machen sollen. Äh, komm. Hast du mal versucht auf den aufzusehen? Ach ja. Wir müssen draufschießen. Wir müssen draufschießen. Aber... Du kriegst keinen Schaden. Du kriegst keinen Schaden. Schwer ist doch nicht wirklich. Ach. 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 Guck mal, wir... Du kannst unten... Wir müssen irgendwie das so... Ja. Wir müssen das so einschalten, dass unten der Strahl aufgeladen ist. Aha. Okay. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Äh, ich war noch tot. Ach so, okay. Ich muss die ganze Scheiße zurück. Leider. Okay. Okay. Okay, ich hab's gekillt. Hast du getötet? Glaube ich. Und ich kann das nicht. Nee, 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 nee. Äh, noch nicht ganz. Oh, jetzt macht er vier strahlen. Ach, hat da so ein Level-Up-Dinger. Ja. Das ist ja, gell. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, scheiße, ich bin draufgegangen. Ah, ist das ägerlich. Jetzt aber zügig. Hm, ach so, und das hat man schon. Wo hab ich denn jetzt gelandet? Äh, wo bin ich denn? Ja. Bist du richtig gelaufen? Ja. Ja, ja, ich bin gerade unten lang gelogen. Abkürzung genommen. Ach, hab ne Abkürzung? Nee, ich hab ne Abkürzung genommen. Okay. Also zweimal treffen lassen kann man sich. Und dann bist du tot. Ja, ja. Willkommen. Ich nehm mal lieber den gewohnten Weg. Ich glaub ich sie jetzt, wo es lang geht. Kann sich hier auch nicht alles kaputt machen. Das ist die Scheiße. Hm, eben. So, ich spring jetzt auch über die Gegner rüber hier. Wenn du bei dem unten bist, kannst du ja mal Bescheid sagen. Ja, ich lauf ja schon gemütlich jetzt dahin. Gemütlich. Beim Bossfight. Ja. Ja, gemütlich. So, okay. Ich bin jetzt wieder, äh... Wo wir die ersten dicken plattgemacht haben. Also bin ich gleich da. Und da ist er ja. Gut. Heißt er dich? Er ist schon dabei. Ja. Die Vierstrahle macht er. Scheiße. Oh, fuck. Hast du was zum Heilen dabei? Ja. Man, das ist aber auch schnell, ey. Das ist ja fast unverschämt. Unverschämt. So schnell kannst du dich gar nicht heilen. Ah, scheiße. Das ist gar nicht so einfach, oder? Ne. Ah, scheiße, ey. Ich hab' gleich ne Frise. Ah, ich glaub' ich auch, ey. Da müssen wir bestimmt zusammen runter. Da muss der eine nach links lang, der andere rechts lang. Und müssen die ganzen Dinger freischalten, da. Ja. Also, du musst die, du musst dieses Scheiter betätigen und wenn unten dieser Strahl aufgeladen ist, dann kriegt der Schaden. Kann ja so schwer in der Uni sein. Guck mal in die Fixte an, die sind gesunken. Ja, klar. Verliest du ja immer ein bisschen was. Ja, das ist 30 Prozent. Ja. Das ist schon nicht ohne. Guck mal hier, ob es irgendwo eine andere Abkürzung gibt, ey. Ich glaub' ich fast nicht, oder? Da, wo wir dann nicht runtergehen wollten. Ja. Hoppala. Ja, da wollte ich immer vorbeischießen. Hm. Ich nehm' mir den gewohnten Weg und dann. Vielleicht ist er wahrscheinlich, wahrscheinlich überste Umweg, aber... Schön krass, ey. Aber ne fette Mission auf jeden Fall. Das find ich richtig gut gemacht, ne? Dass du ja so einzelne Missionen hast. Ja. So, ich bin jetzt wieder unten bei dem. Na gut, dann probieren wir's mal. schon mal. Ich richtig gut. Dann können wir's mal. Ja. Okay. Ja. 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 Na gut, dann komm. da ja ja das ist aber auch unfair mehr also manche stellen sind echt fies wenn der das so schnell macht wirst du da kommst du fast nicht weg aber sicher was sagen ja ich finde das gut dass die jetzt so post richtig bosse reinhauen ja das stimmt ja die anderen konnte es nicht so einfach die anderen konntest du einfach hier low flow wisse ja ja genau das ist was überlegen wie das machst du dich ein bisschen zugebaut ne ja auch gut ich habe immer die kanone geladen scheiße drauf gegangen falls beim endgegner bist nur runter laufen kein schalter betätigen und dann bloß unten auf das ding drücken ja ich bin gleich tot ist das deine abkürzung die dich die ganze zeit umbringt nein ich bin gerade da wo ich wo wir wieder hoch immer schauen rein holen ich bin auf dem weg nein scheiß ich kriege gleich eine krise den schaffen wir jetzt noch also der verliert dadurch also ich glaube dreimal wird man es machen müssen um das echt zu schaffen also eben haben wir jetzt schon das zweite mal mache ich jetzt vielleicht noch ein drittes mal und dann war es das für den trotz vogel was kriegt man dafür na wir kriegen dann dieses dieses erz was wir brauchen na wisst ihr was hier an die ganze zeit anwenden auch hängt wenn die anderen hier die helfer und lernen man mitmachen würden wirst du dann wäre es ja auch nicht so schlecht das wäre ideal ja aber ne die stehen ja nur rum hier die faulen pisser haha die haben einen blöden bauerwetterhelm so ich bin gleich wieder unten ja ja na so weit ist das gar nicht ja das ist schon schon böse ey ja die strahl ist auch manchmal echt unverstehend schnell ja kommt halt auch noch dazu so jetzt wird er langsam jetzt ist er ausgeschalten oh jetzt schon runter ja jo ich hab ihn wieder getroffen hast du ja ja ich hab ihn wieder getroffen jetzt muss ich mich irgendwie heilen bin nett da nochmal getroffen wie wer hat denn der noch der hat fast nichts mehr ja jo er ist kaputt alter schwein gehabt ist er da fein gelassen äh noch gar nichts erst mal nur ein mensch raus gekommen da war bloß ein mensch drinnen wie jetzt da war eh aber ich guck ja ich warte mal ja ja hier sind sowieso noch hier die anderen kleinen viecher ja ja kleiner mensch ist rausgekommen mhm das war ja so ein komisches oge in so einem riesen diamanten und äh wie das kaputt ist gegangen ist kam ein mensch raus ok aber wir müssen jetzt ach du scheiße äh ich muss mich erstmal ratzen warte mal kurz ach ok also dann gibt es auf jeden fall mehrere sachen naja da sei er der hat der hat die tür hier oben geöffnet alles klar verstehe ok warte dann war das ja doch noch nicht der Endkampf alter das ist ja böse da frage ich mich wie der Endkampf aussieht ey ach du scheiße ey aber das sehen wir bestimmt dann in der nächsten Folge oder ich glaube auch also jetzt wurde es ja richtig richtig spannend ja ich heile mich jetzt noch Ende und dann genau ich gucke hier nochmal schnell die einmal in die kiste rein und dann ja werden wir aber warten müssen ja aber ja hier ist ein diamant dabei schön wir sind ja cool was und 1000 und 1000 pixel also können wir uns dann einfach mal so eine pickaxe bauen wenn wir Glück haben ja oh ne ich glaube wir können sogar scheint hier fast das ende zu sein also hier ist so eine maschine das können wir ja noch mit machen ok dann machen wir eben das noch mit ich finde ja geil ja äh lauf mal hier nach Erd genau es wäre ja fies jetzt eben so auf die Feuer zu spannen halt da ja der hat hier der hat so einen riesen Bohrer siehst du das ja ey wir haben die wir haben das scheißzeug wie geil und der jetzt ja selber abbauen können wir es nicht ne aber der achso ja vielleicht können wir uns dann nach und nach immer was holen das kann natürlich sein ne das war ideal das war ideal naja naja dann heißt es ab zum Schiff wa genau guck mal wir können uns wieder zurück teleportieren ach genau ich sehe schon krass wahnsinn aber ich glaube das mit dem Schiff sollten wir dann in der nächsten Folge machen oder ja das ist doch ein schöner Cliffhanger ja ich ich tue das gut ja also wir haben ja viel geschafft hier haben wir so einen ultra fetten Endgegner gesehen ja der war ja auch scheiße schwer ja sehr schwer ja kann man laut sagen kann man laut sagen kann man laut sagen ist auf jeden Fall ne coole Mission jo ja na gut ja dann wollen wir einfach mal sagen sehen wir uns dann in der nächsten Folge wa ja wenn es wieder heißt Starbauen jo tschüss mit Toreb und der Trax genau tschüss tschüss